Hallo, herzlich willkommen wieder bei Let's Play Rome Total War. Verzeiht die grässliche Gesangseinlage. Wir starten wieder durch. Also, warum beende ich den Part eigentlich immer so blöd, dass wir eigentlich nicht mit einer neuen Runde beginnen und nicht schon in der neuen Runde sind. Und das ist hier die Frage. Dann beginnen wir halt mit der neuen Runde los. Äh, was, 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 was? Äh, ja, super. Ähm, komm her. Äh, wo sind wir? Da. Ja, äh, die werden voll meine Hilfe benötigen. Das hilft mir nicht. Das ist unnötig. Ich guck mal, vielleicht, äh, klappt ja etwas, was ich mir gerade so... Weil, ich, ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich die, äh, Dingses erobere, die, äh, Piazza erobere, äh, sehe ich das richtig, dass ich dann die Stadt übernehme? Schnauze jetzt, reicht's, Alter. So, war aber echt. Die... So. Genau, lauft rüber. Ähm, die starten immer irgendwie so ganz komisch. Ich verstehe ihn nicht. Weil ein Teil brennt. Die verlieren voll viele Soldaten. Unsere Soldaten haben mit dem Rambock das Tor erreicht. Ich warte, bis die das da auch... Also ich schütt meine Truppen rein und warte, bis die dann da... Das weindliche Tor ist durchbrochen. Unser Rambock hat gute Arbeit geleistet. Einheiten, einheiten! Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Ja. Da freut man sich, ne? Sie greifen uns an! Verbündet in Ihrem Gebäude ein, ja. Es wäre schön, wenn Ihr jetzt langsam dahin gehen würdet, um sie anzugreifen. Hallo, Ihr seid fast... Ihr seid über... Fast... Fast... Über 200. Ihr könnt es schaffen. Ihr müsst nur an Euch glauben. Ja, ich glaube, das wird nicht mehr helfen. So. Das ist halt blöd, dass die da auf der Piazza warten. Wenn die da hier warten würden, äh... Hätten Sie, wie ich finde, etwas mehr anrichten können. Ist das deren Ernst hier jetzt? Die KI ist... Die KI ist dumm wie Scheiße. Muss man einfach so sagen. Ich bin... Das ist das genau... Bei mir ist die ernährst. Was Da kommt. Nein. Wir müssen hier einigen. Vernehmung! Vernehmung! Et ich wollte hier sein. Bauer! Halte die Stellung! Bauer! Einheiten gruppieren! Ja, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Die Wände zurück. Die vor unseren Männern davonlaufen. Rum verlangt vom Feldherr. Hey, ich hab immer in der Nacht besiegt. Wann die, wie du es? Aber eingenommen hab ich's natürlich nicht. Das war... Na gut. Eine recht sinnlose Schlacht. Ja, leider haben sie das jetzt erobert. Oh, Wunder. Naja. Wasch. Oh. Ja, die... Guten... Das... Ach komm. Warum nicht? Hyperborea. Hyperborea. Zu diensten. Geheimhaltung ist garantiert. Themyscira. Wir sitzen fest. Wir sitzen fest. Ganz ehrlich, wer hier startet. Zudem gibt's nur diesen einen Gang. Da kommt's anders nicht hin. Du kannst ja da zwei, drei Full-Stack-Armee und dann hast du... Okay, dann kannst du zwar nicht bezahlen mit einer Region hier, aber es geht nur ums Prinzip. Wie gut das zu verteidigen ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wann wir gestartet sind, ich bin so lov. Wieder nicht aufgemacht. Mich mach einfach noch. Passt schon. Äh, Julia und Dacia in einem Krieg. Ja, Bruti, Makedonien, einem Krieg. Ja, klar. Makedonien, Skipion. Alles. Klar. Ja, und was jetzt? Die Wichser haben... Gewarbung. Bin ich mit dem Krieg? Nein. Eigentlich. Full-Stack? Okay, ein paar bavarische Bauern. Bavarische Bauern halte ich für... Ja, schlechter Kampfgeist erklärt's eigentlich schon. Kannst du mitnehmen, aber die hauen halt mega schnell ab. Hm, ja. Ja, was soll ich denn sagen? Schick die da einfach zurück. Was soll ich denn anderes tun? Ariminum, da ist die Haupt... Hauptstraße fertig. Ähm... bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeb das wenig überleihig hier aber eine große Auswahl haben jetzt gar nicht man hat mir alles tot ihr das Meer ja meistens stirbt eine Art auf dem Meer hast du recht was macht ihr denn da Hilfe vom Senat der Rundfunk bemerkt man ist sehr dankbar wenn wir das empfehlen möchte wir sind daraus weil ich dir geholfen habe der Schilder Schlacht oder wie und sie hat sich das ja doch da hat sich's halt doch alles klar die Farmgemeinschaft das Farmwesen was ist denn das jetzt Fall auch Farmgemeinschaft also ich glaube wir haben noch 10 Minuten die Schlacht gibt es dann so zum Schluss kann ich die aufkaufen wie würde mich das kosten eine aus ihnen ein ihn hätte habe ich blöd auf der Stirn stehen nein habe ich nicht ja ich bin ganz sicher stell nicht so blöde Fragen Ich bin mir 200% sicher, das steht nicht blöd. Das mag vielleicht der ein oder andere denken, dass ich blöd bin, aber in Wahrheit stimmt das. Aber es steht nicht auf meiner Stirn. Es bleibt dabei, es steht nicht auf meiner Stirn. So, dann habe ich, glaube ich, soweit alles erledigt, was zu erledigen war, dann würde ich sagen, so zum Abschluss könnte man an sich ja, mal gucken, ja, finanziell, ich verdiene einfach viel zu viel Geld. 12.000 durchfahren Wesen, Handel, einfach 13.000. Ja, Leptis Magna. Wir starten die Schlacht. Es steht 10 zu 1 für uns. Ja, wenn es nur Stadtmiliz ist, schlechter Kampfgeist auch, sind kaum besser als Bauern, sind vielleicht besser in der Verteidigung, aber sonst nicht. Sonst ist da nichts. das wird jetzt nicht die supergroße Herausforderung sein, wenn ich das so sagen darf. Ja, du, Prozent habe ich jetzt ja ein A1 brauche ich nicht aber ich habe ganz viel das hat die ich merke das ist nicht mehr aktiv ich habe ich habe keine ich habe hier Triaria aber keine Print Caps dann ist es so obwohl naja Pferde sind das was ich ich bin doch man merkt vielleicht irgendwie ist doch noch ein bisschen krass so 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 schauen wir mal so unsere Soldaten sind an den Mauern jetzt müssen sie sie nieder da die das feindliche Tor ist durchbrochen unser Hamburg hat gute Arbeit geleistet wer wird angegriffen wer wird angegriffen hä wo nö wir gehen nicht die römischen Ingenieure triumphieren erneut die Mauern sind gefallen befehlt euren Menschen vor Marsch zum Sieg und das sind ein paar Plänkler nein ich habe mich geirrt das sind keine Plänkler da hier drin sind ja keine Plänkler was rede ich denn nein ich sage ja das ist keine große Herausforderung nicht mit Pila und den römischen Tromm mit der römischen Disziplin also das ist einfach wirklich gar nichts unsere Soldaten haben die Mauern besetzt jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern Freilung Astatis 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 Bewegung Fugenschütze Beweghung Bewegung Astatis Ja, es ist einfach nicht ganz so viel los. So, eine Generäle kommen noch dazu. Dann ist eigentlich schon, äh, also die Schlacht ist, äh, es war nie wirklich eine richtige Schlacht. So, die, was machen die? Ja, wie gesagt, die sollen nicht hier hingehen. Können die da jetzt auch bitte hingehen? Hey, 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 wir gehen los. Vernichten die Römer. Ja. Ja. Wie gesagt, Herausforderung, äh, nicht vorhanden. Ach, beobachten wir das doch mal. Boah, das ist so langweilig, wenn die so einen Quatsch machen. Beziehungsweise wenn die nichts machen. Das ist ja eigentlich nichts. Boah, also gleich, gleich nehme ich meine Generäle und reib der da einfach durch. Das ist so recht witzlos. Der feindliche General flieht, stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. So. So. Ähm. Wettet mal bitte hier rüber. Ach man. Da ist schon ein Gebäude eingenommen, bla bla bla. Dein Ernst? Leider? Aha. Die Götter haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Äh, du ja auch. Äh, du halt. So, ob man der Schmunlaz sah. Abla. Was? Was war das denn für ein Charge? Nicht vorhanden, aber ja, ist klar. Los Vollgas Oh ey, das sind solche Ey, echt Ja Das war dann Schlacht Äh, wir sind ganz gut in die Mittezeit ausgekommen Ich glaube, ich bin jetzt etwas über 20 Minuten aber, ja, wird Äh, standen wir jetzt, ja Das sind noch fünf da Los, macht sie den Platz Denn fliehen werden sie nicht Nur noch zwei Der eine und wo noch? Ganz Rom wird über diesen Sieg staunen Der Tag gehört uns Sieg, sieg Das war ein Sieg Ja, besiegte Gegner Ich glaube, ich habe alle besiegt Schön, schön, schön Wer davonläuft, kann später kämpfen Tja, 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 tja So Da lohnt es sich einfach Ich ratiere die Bevölkerung aus Lohnt sich voll Bei 426 Das wird 500 Jahrzehnte dauern, bis die hier durch sind Schreiendes Ball Schreiendes Sires Muss etwas schneller wachsen So, zack Ein paar mehr Bauern So Ja, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen Ich glaube, ich habe alles erledigt hier Wissen tue ich es natürlich nicht Ich weiß nie irgendetwas Ähm, ich hoffe ja, euch hat Die Runde hier gefallen Wenn ja Ihr wisst Was einen Let's Player, was einen YouTuber immer freut Also Ich freue mich auf jeden Fall Auf den nächsten Part Und frage mich, was da passiert Ich hoffe, du auch Schalt einfach wieder rein Wenn es heißt Let's Play Rome Total War Mit Zusammen mit mir Hase nach Bis zum nächsten Part Ciao